Hi, heute stelle ich euch unsere neue Schalto, die S2U12DBT-UZE vor. Im Gegensatz zur schon verfügbaren Bluetooth-Schalto ist diese mit zwei Wechselkontakte ausgestattet. Bis maximal 10 Appell könnt ihr über die Kontakte zur Ansteuerung schalten. Die Wechselkontakte sind potenzialfrei, so könnt ihr darüber schalten, was ihr möchtet. Die Versorgungsspannung der Uhr beträgt hier 12 bis 230 Volt UC. Über die Zentralsteuerungsklemmen ein oder aus könnt ihr mit einer Ansteuerspannung von 8 bis 230 Volt UC arbeiten. Bis zu 60 Speicherplätze können frei auf die Kanäle verteilt werden. Jeder Speicherplatz kann entweder mit der Astro-Funktion, der Einschalt- und Ausschaltzeit oder einer Impulsschaltzeit, die im Auslieferzustand zwei Sekunden beträgt, belegt werden. Die Uhr besitzt eine automatische Sommerzeit-Winterzeit-Umstellung. Konfigurieren könnt ihr sie wie gewohnt über die zwei Tasten unterhalb des Displays oder ganz einfach über die ElTaco Connected via Bluetooth. Über die App könnt ihr unter anderem die Programme erstellen, bearbeiten, sichern und auf weitere Geräte übertragen. Zusätzlich könnt ihr Funktionen wie den Zufallsmodus aktivieren, die Länge der Impulsschaltzeit definieren und vieles mehr. Und das war's jetzt von mir. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Einrichten der Uhr. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.